Für Scheiße reden hatte ich noch nie genug Zeit. Frau? Ah, ah, Businessmensch. Kinder vielleicht? Nervende, kreischende, stinkende, furzende, Pampersbomben? Du wirst heißer als heiß. Du wirst eine aufrechte Sitzposition brauchen. Hey, ich bin noch zu jung. Die Jugend hat dich vom Töten nicht abgehalten. Hey, ich hab einen Rabatt verdient. Woolworth ist pleite. Kann ich betteln? Stirb gefälligst aufrecht. Ey, Mann, ein paar Tage in Vegas sind doch drin. Du hast so viele Quiz-Shows gesehen, die sind auch pleite. Kommt jetzt für immer. şam-Basch-D różdich. Hey, ich bin noch cruel. Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020